das hat uns halt ausfindet ein wenig ich brauche du brauchst gerade überlegen wie das ach es war doch kaum so es ist lustig wenn alle am bauen sind das ist immer voll gut ich weiß nicht was ich sah und jetzt mit kappen mir geht gerade Musik wieder an ja Musik habe ich heute wie immer quasi massive Verlänger jedes mal wenn wir aufnahme drücken ist die Musik aus komisch ich könnte jetzt gerade mit einem ich könnte jetzt gerade nicht an den Carpenter dran bringen mit der Halbbau ich muss noch was essen muss ich mir später was entdecken immerhin schon hier was bei nachbarn oben oben bei den nachbarn von gegenüber ist so ist die Musik erst zieht du mich auch mit dem Eisen dann mit der Musik ich glaube schon Eisen in meine Jukebox dann da ging es schon wieder dunkel da müssen wir gegebenenfalls immer noch am Server rumschrauben ich weiß nicht ob das normal ist so schnell naja es wird schon im Jahr gesehen echt schon kommen ich habe das nicht nach so in Erinnerung schlafen ähm Moment ja vielleicht kommt dem das irgendwie nur so vor da muss man auch noch mal haben wir haben es nur trotzdem mal nachgehen da habe ich ein bisschen das hier wäre da habe ich ich wollte ein bisschen Holz sparen äh um die Carpenter Blöcke auszufüllen kannst du ja auch äh Steps nehmen und ja kannst halt ein bisschen Holz sparen kannst halt ein Step da drauf ich hätte ja auch gleich die Steps setzen können aber hier können wir dann noch ein bisschen was äh ändern wenn wir vielleicht eine andere Optik hier oben auf dem Dach ein bisschen was ändern wollen zum Beispiel hier im dunklen Rahmen und da haben wir noch ein bisschen ein Highlight äh wenn es so weit ist so jetzt schon mal ein bisschen was ist jetzt muss ich noch ein bisschen was decken und ich habe das noch ein bisschen was ich habe da drin Ich kann das nicht mit Carbon in der Blöcke aufbauen, mit der Blöcke aufbauen. Was? Wo sind denn die Logi? Ich kann das irgendwie, verstehe ich das gar nicht. Wenn ich einen Carpenter Block schon als halb gemacht habe, kann ich an den nichts dran setzen. Das ist seltsam. Gut. Ich komme kurz zu dir. Nein, doch. Nein, doch. Wieso geht das nicht? Die Katze hat das Skelett gefressen. Ich habe meinen Freund gefunden. Den neun oder deinen ersten? Mein Ersten. Hallo. Wo bist du? Wo bist du? Ja, hallo. Warum sitzt hallo auf dem Kopf? Ja, wenn ich das wüsste. Hier oben. Ich kann hier oben keine Karten-Tablecke dran machen. An die Halben. Aber wenn ich den jetzt wieder ganz klöpfe. Geht's. Dann setzt du zuerst die ganzen. Bis du deinen Flasher hast. Und mach danach halbe draus. Nee. Das ist ja blöd, weil... Und wenn du Schiff drückst? Ja, hab ich alles schon probiert. Ich bin aber der Meinung, das muss gehen. Wenn ich jetzt alle ganz setze. Und mach dann überall halbe draus. Dann geht hier mein Hammer und wird schnell kaputt. Und... Was ist denn das hier? Keramik? Ja, das ist... Nee, das ist Keramik. Ich kann's nicht angucken. Ich meine... Ich weiß nicht mal, wie ich meinen Hase rumbekomme. Komatik. Was macht denn der hier oben eigentlich? Das ist da rum. Und warum? Ist das Mucki? Nein. Der nächste Mucki. Ach, das ist schon... Du hast quasi schon mit einem PC mal gespielt. Nein. Bei Hasen brauchst du einfach nur eine linke Maustaste drücken. Rechte. Dann kannst du den nennen. Ja, nimmst du die Schwert in der Hand und drückst die linke Maustaste. Ich hatte den benennen. Ähm... Komm mal hierher. Komm hierher. Und los. Und hol den Mucki. Hol den Mucki vom Bild. Glaub gern. Ähm... Ähm... Nimm mal den. Und versuch den mal da dran zu setzen. An die Halben. Seitlich. Geht nicht. Geht nicht. Ähm... Die Decke wird. Das ist jetzt nicht schön vom Spiel. Da bin ich traurig. Tja... Hast du manchmal. Äh... Aua. Ja. Übrigens. Habe ich gerade deine Gehgeräusche gehört. Und meine hört noch nicht. Jetzt bin ich unten bin. Hör ich deine. Alles komisch. Komm mal. Alles komisch. Hm. 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 Ist okay. Ist korrekt. Ey. Was los? Bis höher meiner. Bis höher meiner Drohe. Nö. Klang aber gerade anders. Ich weiß von nichts. Ah ne. Ich habe schon Eisen gesucht. Nein. Habe ich nicht. Habe ich echt nicht nachgeguckt. Ich hätte es mitgenommen. Ich habe schon mein Inventar. Dachte ich mir fast. Aus Gründen. Hm. Warum was? So. Das gefällt mir jetzt nicht. Das ich das so machen muss. Aber. Anscheinend muss ich das so machen. Nein. Nein. Kann man auch nicht aus Jes. Drecks das Melody. Ja. ja ich habe jetzt so ein gerüst aus erde gebaut und haben die carpenter glöcke auf das erdgerüst gesetzt an das erdgerüst naja zwischendrin mal welche vergessen und 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 ich bin schon wieder voll am abzielen hat er Handschlange angehalten, den Improvisieren ja der Garten ist ja bloß improvisiert ach der Garten ja der ist wunschwichtig nicht wirklich ist ja temporär EIN und du NEIN gesagt hast ja ich habe NEIN gesagt weil ich wahrscheinlich durch Fallschaden sterben werde so wie ich die Sache reinschätze herzhaft es wird schon wieder dunkel aber ich fand es gar nicht so lange dachte ich schon wir haben es uns ja erst dreimal vorgenommen bis zur nächsten Aufnahme zu gucken ob man das einstellen kann ja ob man das einstellen kann wie man das einstellen kann wie man das einstellt und warum und ob das einen Sinn hat oder nicht oder hmm aber wie das halt so ist ne Plan B ist Plan A durchzuziehen ja da bist du ne andere frische ich bin ne andere frische ich bin ne andere frische jetzt machst du grad wie kurz abkalken also es ging noo und dann andere frische es ist dunkel ähm warte ich bin auf dem Weg meine Pause sag wenn du das sehe ich auch ach hast du dich von der maus erschrocken ich muss wieder in der essenstruhe aufräumen ich glaube ich brauche noch eine essenstruhe ja die essenstruhe ist bei mir auch gut voll ich habe gerade gemerkt ich habe in der essenstruhe nicht nur essen nicht weil viel drin ist sondern weil sie viele verschiedene sachen sind wir können mal unseren sorgen kind gucken wie ich es befürchtet habe das problem hat sich gerade gelöst mit meinem der dieser stachel der strauch oder was er setzt den weg also der ist da irgendwo wieder rausgefloppt keine Ahnung was der braucht aber ich könnte ihm wahrscheinlich nicht geben was er braucht steht denn da irgendwas dazu wo der am besten wächst ich wüsste ach hätte man ja gucken können und? 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 na wiss ich nicht der ist ja weg 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 das ist ja so optimal ja hast du manchmal eine sorge wenig klau ah eisner 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 wusserlich noch an oh Gott ich muss doch nur klein mal ein Päuschen machen ein Päuschen einen Aufnahme Päuschen was hat er denn da vor ich habe menschliche Bedürfnisse ach so nur dann ähm ja ach so Gott und was hast du gesagt garagentuch ja hm lösen wir nach wie sieht's denn mit dir aus mit Päuschen? hm ich brauche mal einen Moment hm warte 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 ja was ist denn hier? ja ja legt eier zackig ähm wie hühner hast du denn? jens leider ich hab 6 7 aber du hast doch gerade gesagt legt eier oder? nein ich habe gesagt legt eier so mach hin los äh ach so ich kann es natürlich auch versuchen zu füttern wäre auch eine Maßnahme aber ein einzelnes Huhn füttern bringt ja nichts hm ich glaube besser fühlt sich das deswegen aus denn ja ich versuch's erd vorstuhl ich hab ja irgendwie nicht irgendwie ist ja eine große eische gewachsen eine große eische gewachsen? was hast du vergessen? nö aus einem stamm kann auch sein dass ich hier noch gar nicht war ja jetzt liebt mich das Huhn und die trotzdem gerei jetzt wachsen die gelogen mhm 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 das durchdurchwürfeltes Beet ich habe gerade einen wüsten karten gefunden in der schneewüste die schneewüste aus unsere braunes brackwasser schwert von abruf form weiter der schneewald ist ja eine übelse schafswiese und europäische vögel also was ist denn hier los hier stehen gefühlt 500 tiere also entweder wissen sie das mehr fleischfresser sind oder haben wir irgendwas problem für eine hacke eisen hast meine schon kaputt gemacht ein eisen hast du noch gar kein eisen irgendwo gesporen wird absolut kein eisen gibt es im gleichen hallo du wohnst ein paar blöcke entspannt bei mir sind relativ viele höhlen hier ok pink ist fütterband ok graus fütterband redstone motor geht ein bisserl was zauber zauber fleischmasse ok so so denn das kaktus fruchtsamen wächst am besten in sandy im sand ja aber dann kannst du die nicht pflanzen bei mir kommt musik wahnsinn bei mir ich hab mir jetzt mal ein erde gepflanzt wenn er ging geht da anscheinig nicht war's wer? Hat sich das noch mal anders überlegt Kaktus Der wächst halt nicht Oh, schick Ah, mir wird ja Cooles Das wird schon wieder dunkel, das gibt es doch nicht Also, bei dem nächsten Mal haben wir schon noch Haben wir vielleicht dran gedacht Mal zu gucken So, so Willst du immer noch eine Pause machen eigentlich? Äh Jetzt haben wir ja schon wieder hier Was haben wir gemacht? Das haben wir ja schon wieder weiter gemacht Ja, die sind menschlichen Bedürfnisse trotzdem noch da sind Die werden immer noch da, ja Dann muss ich dann Langsam hochziehen und ausspucken Äh, dann können wir ja eine Pause machen Dann Dann muss ich den Sand in den Ofen Und dann machen wir eine Pause Ach Und Sand Ja, Sand in den Ofen Ja, ich mach doch mal einen Ofen Ja, mach doch Na gut Dann Bis zur nächsten Aufnahmesession Bis denn Tschau 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 s